Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir haben überlebt. Unsere Welt wurde zerstört. Und wir mussten dafür bezahlen. Mit über 100 Jahren ohne Sonne. Aber wir haben uns gut vorbereitet. Um diesmal alles richtig zu machen. Unsere Vorfahren haben uns ein glückliches Leben gestohlen. Doch wir werden nicht einfach aufgeben. Die Mutter Erde ist jetzt gemein und bösartig. Trotzdem leben wir noch. Und wir werden weiterleben. Und wir werden weiterleben. Und wir wollen wieder um die kann. Und wir werden modernmlisch gehen. Und wir werden wieder eingerein. Und wir werden wieder zurück. Wir werden wieder nenhum Pulsen Skins. abenteuer diesmal reisen wir in die verseuchte welt von endzone world apart ja ist mal eine ganz andere art spiel ist ein aufbauspiel aufbausimulation ich habe das schon länger am rechner legen liegen hab da schon länger bock drauf und ja durch den defekten spielstand bei hydronier und da ich schon mal gesagt habe hier nach hydronier will ich das sowieso mal anspielen habe ich mir gedacht jetzt ist doch der beste zeitpunkt dafür also ich habe es einmal kurz angespielt ist schon ewig her das heißt quasi habe ich überhaupt keine ahnung was hier passiert wir gucken uns mal die optionen an das ist alles super eingestellt hier muss nur einmal gucken was mit links ist mit bewegungsdingens aber sowas gibt es ja anscheinend nicht mehr bildmodus fenstermodus exklusives vollbild bitte genau exklusives vollbild ach quatsch nicht zurücksetzen nein so dann einfach mal schließen und wir starten ein neues spiel so wir machen die einführung natürlich ja ein führung starten wir starten mit der einführung da ich gar keine ahnung habe und sowieso erst mal reinkommen muss ja ich hoffe ja bock auf das spiel ich habe es auf jeden fall wir schauen uns das ganze mal an die endzone endlich verlassen seht euch diese schöne aussicht an einfach wundervoll auch wenn sie ein wenig anders ist als wir uns das vorgestellt hatten wir konnten ein paar grundlegende ressourcen sicherstellen und lagern diese nun in unserem bus gut dann erschaffen wir uns gut auf ein solches szenario vorbereitet haben besonders da unsere vorräte in der endzone zur neige gehen vergiss nicht dass du jederzeit solltest du weitere informationen benötigen in unserem überlebenshandbuch nachsehen kann machen wir gut so öffne das überlebenshandbuch wo finden wir das ja wir können hier irgendwo glaube ich auch so einstellen da überlebenshandbuch hilfe von aufgaben und frei verfügbare siegel angelegte bestimmte ressourcen und vier siedler gleichzeitig an einer aufgabe war die musik muss ich noch mal eben leiser stellen das ist ja wie er nicht laut oh ja hier haben wir einiges erklärt gut gemacht alles was du wissen musst sollte genau hier zu finden sein ich denke es ist an der zeit uns endlich bevor wir überhaupt gebäude errichten können müssen wir einige siedler in den beruf baumeister einteilen damit sie sich um bauaufträge kümmern können okay im allgemeinen obliegt es deiner verantwortung welche aufgaben wichtig sind und wie sich unsere siedler darauf verteilen sollen so öffne die berufsansicht und noch mal baumeister von mir so zwei sobald baaufträge erteilt worden sind werden deine baumeister bereit sein zu arbeiten es wird zeigt dass wir uns um unser wichtigstes grundbedürfnis kümmern wasser wasser ist immer wichtig als erstes sollten wir eine funktionierende wasserversorgung einrichten weiter geht's mit unserem ersten bauauftrag platziere einen steg an einem see in der nähe deines stadtzentrums hier konnte man pausieren wird ok verstanden baumenü vollstieg hier kann man so sehr nah hier ja wo kann ich denn bauen ach so da muss weiter ins wasser rein so oder wie wie drehe ich das ganze kann ich das irgendwie drehen mit er oder so 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 ist es dann richtig oder was ich glaube ja so so okay dann lassen wir spielen ein bisschen schneller machen hier so die hohen materialien ja gut wir machen jetzt hier mal ach so wartet mal kurz so sprecher darf ruhig laut sein das war mal leiser 70 spiel lautstärke insgesamt das ok so alles klar so holzsteg errichtet jawoll der steg wurde wie geplant errichtet jetzt haben wir einen ort an dem wir wasser einsammeln können es gibt noch andere möglichkeiten wasser zu sammeln aber der steg ist die einfachste und kosteneffektivste methode sehr schön in der zisterne können wir wasser von verschiedenen quellen wie den steg regenspeichern oder brunnen beziehen und einlagern die zisterne sollte immer in der nähe einer wasserquelle stehen damit unsere wasser trägt ok zisterne errichten also baumenü zisterne nähe der wasserquelle hier dann oder? ja ok dann brauche ich einen wasserträger ein reichstück ah ok ja gut dann lass mal spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen rasen hier so 200 wasser gibt es da geschenkt hier oben haben wir übrigens unser wasser was wir auf lager haben äh hier nahrung holz schrott werkzeuge strahlenschutz genau hier kann es auf jeden fall zu strahlungen kommen was ziemlich blödes was haben wir hier noch? Arznei haben wir noch nicht äh Stoff haben wir noch nicht Metall Plastik Elektronik und Kohle ha ok hier ist Wissen Wissen wird benötigt um Forschung zu betreiben was fehlt denn? hat kein Personal ach Wasserträger 3 sollen wir machen ne? 3, 6, 4 sind noch übrig ok so mal lassen wir mal schnell bis zu die ersten 100 haben ey uuuh hier wir sind 12 Erwachsene hier ist unsere Population und das Wasser wird nun vom Steg in unsere Zisterne transportiert hier haben wir drei Kinder weitere Wasserträger einzustellen wenn du noch Siedler zur Verfügung hast man kann niemals genug Wasser auf Lager haben ja jetzt sollten wir uns auf die Nahrungsproduktion konzentrieren es ist wichtig gleich zu Beginn die Versorgung herzustellen eine Sammlerhütte, eine Jagdhütte oder eine Fischerhütte können dort direkt Abhilfe schaffen ich schlage vor mit einer Fischerhütte ja 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 ok Fischerhütte Nahrung Fischerhütte äh so ja was denn ach so das sieht nur so aus so dann lassen wir gleich den Fischer ran hier so Zisterne haben wir Logistik ich kann auch keine Wege bauen oder doch ne Wege geht noch nicht ok schade so weiße Siedler zwei Siedler als Fischer gut da gibt es auch noch Nebenaufträge ok Population steigt sinkt alles hin und her gut warte mal ich schiebe mal eben die Kamera nochmal kurz ein Stück hier rüber so dann glaube ich verdecke ich nicht ganz so viel ne 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 dann verdenke ich nicht ganz so viel ja so komm hier aha zwei Fischer sagt er ne gut mal lass mal normal laufen hier dann verpasse ich zumindest nicht so viel so ähm Fischerhütte errichtet ja guck mal hier Wasser läuft erstmal ne ne ich hab noch vier mach mal ne nicht Fischer Wasserträger mach mal so lange voll kannst ja nicht genug Wasser haben wir haben 90.000er Limit das müssen wir erstmal erreichen hier kommt eine Dürreperiode wir sind jetzt in Saison 3 ups dann kriegen wir in Saison 8 eine Dürreperiode bis dahin müssen wir ordentlich Wasser gesammelt haben ja das ist gar nicht so schlecht ne hier ist nämlich auch schon kein Regen kein Regen gut das macht nix aber Dürre dann ist auch der See leer ne das wäre blöd nun haben wir uns um die Grundversorgung Nahrung und Wasser gekümmert achte darauf jederzeit genug Nahrung und Wasser auf Vorrat zu haben besonders dann wenn du deine Siedlung ausbauen möchtest eine zu schnell wachsende Bevölkerung kann deine Nahrungs- und Wasserversorgung schnell aus den Fugen geraten lassen und dich so in große Schwierigkeiten bringen wenn du nicht ja also immer schön langsam ok 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 bau mal ein Feld ah hier hier siehst du wo trocken ist und wo du so ein Feld am besten aufbauen kannst ne ja hier jetzt vielleicht nicht hier ist aber relativ weit weg ne ok ja hier kann man sehen was gerade verstrahlt ist ne hier wo es grün ist es ganz leichte strahlung überall das dehnt sich aber später noch aus ne also hier wollte ich jetzt das Feld bauen zack Nahrung anbau fällt so hm ja so das lassen wir mal ne dann reicht erstmal für den Anfang ne ne wir müssen gleich sowieso noch einen haben ne ne ja schon mal ein bauer hier so so gut das ist echt weit weg ich weiß Saatgut von Feldern festgelegt äh Saat wählen was kann man denn Kohl oder Schwarzwürzeln schluss und zack das sieht gut aus so ok aha du solltest außerdem darauf hinzuhören dass es zur dürre Periode kommen könnte in denen es nicht regnen wird lager deine Nahrung ein und passe deine Produktion an um Engpest zu geben ja alles klar ja jetzt geht es mal mit Produktion los hier ja ja ok so wie macht man das nochmal Holz abbauen so wir haben gerade gar keine Siedler übernommen ja doch hier so Holz abbauen relativ nah bei uns am Lager erstmal ne so Schrott abbauen da ja ja ist auch gut freie Siedler ich brauche noch einen dritten freien Siedler hm ja da muss der erstmal wieder alt ja ok gut 15 Schrott Holz müssen wir jetzt noch produzieren hier das mit dem Bauern dauert ein bisschen länger ne wo ist mein Feld jetzt da echt weit weg ne aber das heißt auch wir bauen uns in die Richtung so das mal aus so wie weit sind wir an der Dürre Periode noch weit entfernt Schrott produziert und so guck mal hier schön Holz ist gleich fertig ne der braucht ganz schön lang der Junge ah hier sind die Vogelschwärme habe ich heute gelesen sind irgendwie vor ein paar Tagen neu reingekommen ich glaube am 1. August oder so ne im Juli ja irgendwie sowas sie sind relativ neu reingekommen das heißt das Spiel ist zwar schon relativ alt aber es wird immer noch dran gearbeitet ne so das Feld ist echt weit weg aber ich habe es extra so weit weg gewählt da ist der Bauer der ist relativ alleine wir brauchen mehr Nachwuchs ne so er ist rückläufig ja Zufriedenheit ist auch noch nicht so gut aber kommt noch ne so was haben wir denn hier für Statistiken so Standortattraktivität haben wir eh noch da hm Gebäudezustand und was haben wir hier Schnellzugriff Gebäudemodi haben wir noch nicht Festfertigungsgrenzen Gebäude und Aufträge hier Ressourcen Statistiken ähm Bewohner dann musst du dich nicht immer manuell darum bemühen das gesammelt Produktionsgebäude sind nicht nur einfach Bevölkerung sie sind auch noch deutlich effektiver als einfache Aufträge platziere Produktionsgebäude nicht zu weit entfernt von deiner Siedlung du kannst ihren Arbeitsbereich später jederzeit ändern ja 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 ist ja gut alles klar am besten richten wir jetzt ok Försterhütte Holzversorgung zu automatisieren ok einen Förster da das sieht doch relativ gut aus hier würde ich sagen ja der ist leicht verstrahlt er macht nichts an meine Jungs die Strahlung weg echt jetzt ein bisschen so du kannst auch hier Leute irgendwie damit äh betrauen dass die Strahlung entfernen ne Aufträge da ach soweit sind wir noch nicht ah ok soweit sind wir noch nicht aber da machen sie es jetzt schon gespeichert sehr schön so es ist nachts hier läuft erstmal alles ganz gut wie ist das denn hier mit Gebäuden äh mit Straßen äh das müsste unter Logistik sein Straßen ausbauen naja kann ich alles noch nicht machen ne ne ach schade aus einer Sammlerhülle kannst du auch noch nicht machen so so wie sieht's aus wir haben immer noch keinen neuen Bewohner ne wir haben drei Leute die ausgesät sind hier irgendwas zu machen tja sind gleich nur noch zwei ne so schade weil wir brauchen gleich noch einen Förster mhm ok so was ist das denn da Windsau komm mal ein bisschen schneller hier zapp 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 ab hier he 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 wollen ja ein bisschen was schaffen heute noch ne so komm hau mal rein da ja ich hab keine Leute ne sup da kommen ein paar ich hab die drei Baumeister die müssen noch fertig werden hier oh wir haben einen neuen Mitarbeiter da kann ich doch gleich mal wieder gucken oh drei Stück haben wir wieder frei ok cool dann mach den und lieber noch einen Wasserträger ja ah der Bauer kommt erstmal alleine klar lieber erstmal so äh Holz ist auch wichtig ne ja die Kinder sind erwachsen geworden gute Arbeit vielleicht den Arbeitsbereich des Gebäudes verändern um deinen Arbeitern zu sagen aus welchem Bereich sie ihr Holz beziehen sollen mhm wenn du möchtest kannst du deiner Försterhütter auch sagen dass sie sich nur um die Aufforstung eines Bereichs kümmern soll ah ja einen schönen dichten Wald zu erschaffen den kommende Generationen es regnet Regen ist auch ganz gut da spült uns die Strahlung ein bisschen weg sehr gut nun sollten wir uns um das Sammeln von Schrott kümmern ja hab ich doch schon Schrott ist eine unserer wertvollsten Ressourcen da das Schrottvorkommen limitiert ist ok einen Schrottplatz errichten aha da müssen wir nämlich mal eben gucken dass wir den strategisch recht gut ansetzen hier ist eine Menge Schrott da da könnte es eine Menge Schrott geben aber wenn wir den Schrottplatz hier so hier so nee nicht am Wasser Wasser halten wir uns frei ähm ja würde ich sagen hier ne Arbeitskraft fehlt ok ach Mist Obdachlose Siedler ja kommt gleich erstmal Schrott Sammler hier ne Schrottplatz bauen ja ja hier hier siehts doch gut aus komm bau den da hin ja ja das ist da Füllstand des Wassertanks gut hm 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 hier wird die Lagerkapazität knapp hier Junge renn mal schneller hm ah das heißt wir bräuchten noch eine Zisterne ne ne ja ähm ähm ja wie ist denn die Aufgabe hier achso ich habe noch keinen Schrott Platzmitarbeiter zugeordnet hier Schrott Sammler erstmal ein ok ok alle Nachrichten äh ne da war das Baumenü ne ähm ja Aufträge hier ok super super gut auch Schrott können wir bei den Ressourcen recyceln Stoffmetallplastik ok unsere Leute wünschen sich einen Platz zum Schlafen und Leben Hütten befinden ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Privatsphäre und statt ok wir brauchen Hütten Hütte errichtet 8 Stück ok 8 Hütten bis dann seht ihr ganz gut noch 1 2 3 4 5 6 7 8 gut so dann haben die Jungs jetzt erstmal zu tun hier ne keine Leute alle eingeteilt beziehungsweise alle an der Arbeit gut die Kinder sind alle erwachsen 8 Hütten ey ha gut hier Lagerkapazität kann man hier irgendwas verbessern mal und nochmal da stand doch was vom Wasser hier 90.000 Produktionslimit kannst du nicht hier einlagern also ich gar nicht mehr gut dann immer wassersammler runter und schickt den mal mit zum schrott sammeln so guck mal die ersten hütten sind fertig gut zwei wohnen rachel gerade erst erwachsen geworden die gute hier wohnen anthony und annabelle douglas und niam und hier sind noch keine drin aufgabe läuft ja hier das machen wir gerade und die gerade dabei keine aufgabe vorhanden ich wollte keine es gibt noch mal schrott und holz gut ja sehr cool all die gedüre ja wir haben noch zwei monate 1245 also hier keine arbeiter wie kann ich denn so ein auftrag noch mal ab holz abbauen wie kann ich denn so ein auftrag noch mal absetzen wie kann man denn so aufträge hier abbrechen muss ich das hier abbeißen oder was weil ich habe ja keine 0 und hier ist schrotter bauen aber auch nichts deaktivieren abbrechen er kommen hier auch abbrechen so okay wir haben jetzt neul sammler sport sammler also er ist kein holz sammler sondern förster wie sieht seine abholzen und aufforsten okay wie kann man noch mal das arbeitsfeld hier verändern wie wird das jetzt gehen das war sie auch nicht das muss ich auch noch mal rausfinden wie man dieses arbeitsumfeld dann ändern kann gar nicht wahrscheinlich das geht nur über den sammler zwei häuser fehlen noch ja klasse hier aber gut aber ein bisschen schneller hier wir heute noch die häuser hier schon mal fertig kriegen neben hütten kannst du auch stabile hütten oder zufluchten als wohnraum zur verfügung stellen stabile hütten widerstehen sandstürmen besser und haben eine erhöhte speicherkapazität kinder die in häusern leben füllen nach und nach deren lagen kommen wir von unserem ok recycler zerlegen den schrott immer nur in eine ressource während eine raffinerie alle vier ressourcen automatisch herstellen zu beginnen solltest du ein recycler errichten und stoff herstellen ok ja das brauchen wir noch mal auf und dann gehen wir in die nächste runde so ja knapp hier essen ist wichtig gerade bis der steht kannst du erstmal das so lassen ja würde ich sagen für heute machen wir jetzt schluss ich mache mal pause ja und ich hoffe euch hat die runde hier gefallen und euch gefällt dass wir ansel oder world apart spielen schreibt mir mal in die kommentare ob ihr bock drauf habt lasst mir gerne auch ein like da wenn euch das spiel echt interessiert und wenn ihr bock drauf habt sowas zu sehen lasst mir auch gerne kommentare da wenn ihr das ganz schrecklich findet das ist auch völlig okay ja was soll ich sagen wenn ihr wenn euch interessiert wie die reise auf meinem kanal weitergeht dann abonniert ihn euch ansonsten wünsche bedanke ich mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen abend bis dahin